Bei der folgenden Übung lernen Kinder, Auge und Hand miteinander zu koordinieren, die Hand zu öffnen und wieder den Ball zu fangen. Ist gar nicht so einfach für sechsjährige Kinder. Noch schwieriger wird es, nach unten zu prellen, die Hand zu drehen und den Ball mit dem richtigen Druck wieder hochkommen zu lassen. Jetzt spielen wir mit den Wochentagen. Das könnt ihr ja auch schon sehr gut. Zuerst mit der rechten Hand nach oben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und mit der linken Hand nach oben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Sehr gut. Jetzt mit der rechten Hand nach unten. Das ist richtig schwierig. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und mit der linken Hand. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Deine Hand. Du heisst, Dogst. Wie Stehtag, Button. Du heisst, wie Stehtag, Mittwoch, Donnerstag, Est und Angergy, Rytsch, Honestly, ich wiepect, Jnerstag. Affect die Einheit nach unten. Vielen Dank.